Schade! Ach, Digga, nein, der schlechteste Zauberer der Welt, Junge! Yo, was geht? Herzlich willkommen im neuen Jahr, Leute! Woo! Hab ich euch nicht versprochen, dass wir mit einer richtig aggressiven Content-Strategie ins neue Jahr rein starten? Ja gut, das habe ich, aber jetzt gibt es trotzdem mal wieder leider nur ein Video mit Evive. Und zwar reagieren wir jetzt hier nachträglich nochmal auf... Mit Evive mit einem Schnauzer! Ja, also Lukas, es ist jetzt auch kein Mehrwert, dass du jetzt ein Schnurrbart hast, sag ich mal, ohne jetzt beleidigend zu werden. Es ist schön, dass du einen hast, aber ob das jetzt irgendwo einen Unterschied macht, weiß ich jetzt nicht. Ja, Leute, es ist einiges schiefgelaufen. Eigentlich wollte ich jetzt schon längst umgezogen sein und in einem chilligen Haus irgendwo mein Leben rumpimmeln und in Januar Pause machen. Das hat leider alles nicht geklappt, weil einfach es doch dann einfach nicht... Es hat einfach nicht geklappt. Deshalb, meine Freunde, jetzt die Tage dazu erstmal eine Erklärung. Jetzt für heute aber erstmal vorproduziert quasi jetzt am Silvester-Tag. Ja, von mir zu Hause aus, ihr seht es hier, ein kleines Video. Trimax-Fails 2020 Best of Trimax. Und es geht 32 Minuten, Lukas, ich hoffe, du hast eine Stunde Zeit mitgebracht. Wir werden uns das ganze Ding reinziehen. Let's go, meine Freunde, auf geht's! Dein Schnurrbart genauso geil? Nee. Ey, ich beende einfach das Jahr 2022 mit dem Stimax-Video. So geil, und ich starte damit. Oh, 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 ich bin drin. Was denn? Ja, okay, Karl ist auch bei uns. Wir sind zu drin. All progress, progress. Das ist die Fall ist drin. Genau, okay. Der ist weg, ist der Kruppel beigetreten. Nur noch Romatra. Er ist drin! Er ist drin! Der war richtig glücklich, oder? Davon habe ich fast gar nichts gesehen von dieser Rollertour. Du darfst nicht bremsen, Chef. Niemals bremsen. Ich weiß doch, Alter, bin ich, bin ich, ja, du bist du. Ja, bist du, bist du, ja, bist du. Lernt man das da? Und ich habe meinen Bachelor gemacht. Ich habe halt echt Angst, dass Schiff's Kruppel bremsst. Wenn Schiff's Kruppel bremsst... Du darfst erst bremsen, wenn du direkt hinter ihm bist. Ich weiß doch, dass... Du darfst eigentlich... Wieso haben die so Seile dran gemacht? Sind die dumm? Gar nie bremsen. Ja, wahrscheinlich, weil einer davon nicht mehr klappt und jetzt gezogen wird. Du darfst nicht hart bremsen und auch nicht hart beschleunigen. Ah, okay. Ja, ich weiß. Aber wenn Schiff's Kruppel bremsst... Warum sollte ich bremsen? Weil du dumm bist! Oh, da ist ein Fuchs, ich brems! Ja, soll ich den überfahren? Ja! Ja! Ja, was soll ich den überfahren? Also dieses Jahr ist wirklich... Einiges echt fehlgeschlagen von Max. Der 72-Stunden-Stream startet jetzt. Beef mit Epic Games? Nein. Viel zu geil, mit Epic Games zusammenzuarbeiten. Ist jetzt nur fail, dass man hier mal nicht zugucken kann. So ein paar Probleme. Sag ich auch öffentlich. Es ist trotzdem... Alles der geilsten Games, geilster Publisher, fertig, bumms. Ja, geil. Einfach nur geil. Wenn jetzt hier mal was nicht klappt, dann kann man mal sauer... Kann man mal Kritik sagen. Weißt du, nur weil ich mit Epic Games zusammenarbeite, kann man jetzt nicht sagen... Wieder die Hälfte der Wörter verschluckt. Merkst du das? Da kann man... Da kann man zusammenarbeiten. Das ist das Schlusswort. Danke fürs Einschalten. Geile Button gehabt. Geil, dass es schön... So unangenehm. Du machst doch das Beste verpasst. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schönen Donnerstagabend. Schönen Abend. Haut rein, Jungs, gell. Haut rein, schönen Abend. Alter, wie es sich fühlt, was war das? Bist du scheiße? Das ist ultra cringe. Imagine, Trimex sagt dir, dass du cringe bist. Du hast im Leben verloren, digga. Imagine, das passiert, alter. Das wird der Thumbnail. Aber man sieht es hier, man sieht nicht alles. Das ist eine Rocker-Gang, ne? Wie geil sah das aus? Ich hab's so schnell. Was macht ihr weiter? Wieder zurück. War überhaupt nicht drauf. Der stresst die anderen so geil. War null drauf. War null drauf. Hör mir zu, alter. Ich muss dir was sagen. Komm mal her, Freundchen. Der fällt runter, der würde sowas von runterfallen. Kirsche, Kirsche jetzt. Ich weiß nicht wo. Ich werde festkennen. Schade, Max. Schade. Digga, mit ihm diese... Das, also, Digga. Mann, Digga. Ey. Der beste FPS-Spieler der Welt. Oh, der klippt, der klippt. Guck mal jetzt. So schlecht einfach. Wollt ihr mich verarschen? Ich hab 10.000 Euro dafür bezahlt. Jo, deswegen musst du gewinnen. So funktioniert Max Welt. So funktioniert Max Welt. Doch, Pay2Win ist alles. So über Wasser halten, als wären wir... Der klippt ist, glaube ich, sehr stark. Der beschießt jetzt den Gegner mit der Gun. Mit der... Mit der... Ach, fuck. Das ist Minigun. Peinlich. Ey, ich hab den verballert, Digga. Wie peinlich. Es soll sich doch heilen. Oh mein Gott. Wie peinlich. Chillig, Digga. Chillig. Walkouts. Ihr seid alles Loser. Steil ist es. Steil. Und ihr könnt euch mal mit euren kleinen Walkouts... Äh... Torwart. Scheiße. Schade. Du Loser, das geschieht ja recht Sommer. Damit hat er sich wirklich echt... Was ist da mit ihm los? Guck mal, wie braun er ist. Siehst du das? Hey, Digga. Donald Trump einfach. Mit FIFA hat sich dieses Jahr wirklich ein Denkmal gesetzt. Ja. Stark Max. Dann nehmen wir jetzt die Zügelinheit und planen unsere eigene... Ich glaube, Caruso. Ne, Caruso ist cool. Okay, Scheiße auf Chef Strobel. Ja, jetzt... Leiste Scheiße auf Chef Strobel. Okay, Scheiße. Ich war der Einzige, der Max reinholen wollte. So ein Kelp. Der Strobel hört, dass die ganze Zeit mega sauer ist. Max ist wirklich einfach... Also Max... Max ist Meister im Backstabben. Wirklich. Er sagt, ich war der Einzige, der Max reinholen wollte. Nein, ist der Strobel natürlich nicht. Ist nicht generell gegen dich geschossen. Natürlich bist du dabei, Chef Strobel. What the fuck? Ich werfe rein. Sehr schön. Wow, wow, Deckung! Kommt auf die Hände gegen die Wand zu werfen, durchzuwerfen. Weißt du, dass die abgreifen? Weißt du, dass die abgreifen? Weißt du? Wieso, was mache ich denn? Geh mal vor, Jungs. Hey, Digga, ich melde mich ab für morgen. Ich melde mich für morgen krank. Ich hole mir einen Test beim Arzt. Das hier ist auch darum, wer es schnell öffnet. Darum geht's. Darum geht's. Das geht's. Walkout. 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 Was? Verarscht. Du bist so kacke, als ob ihr es kippt. Digga, was ist denn das für ein Troll gewesen, Lukas? Checkst du es? Und dann, dann, du bist so kacke. Als könnte er was damit. Ach du Scheiße. Was ist da denn los, Lukas? Bitte. Kann ich mir mal mit dem Clip schicken? Ich hab's nicht gesehen. Digga, oh mein Gott. Digga, das ist doch nicht sein Ernst. Das ist doch nicht. Hat das funktioniert? Ach, Digga, nein. Der schlechteste Zauberer der Welt, Junge. Einfach. Einfach Voldemort of Wish. Einfach. Digga, wie er sich freut. Guck mal. Was macht der denn? Geil. Wie konnte ich den Clip noch nicht sehen? Da, guck mal, was Max gemacht hat. Siehst du das? Ja, aber Kai hat den auch zurückgezogen. Ja, ja, aber zu Recht. Guck ihn dir an. Was machst du? Wie er da schwimmt. Wie so eine nasse Flunde, Alter. Schau ihn dir an. Wahnsinn, Digga. Der macht wieder den Blick. Scherzgrube ist einfach eine Legende. Was macht der da? Er hat ein Plüschkostüm an. Er macht seinen Höhlenmenschenblick. Höhlenmenschenblick. Und hat das Mic wieder hier. Ich versuch das so ein bisschen auch hinzukriegen. Ist das gut? Digga, Scherzgrube ist auch so ein... Also, Scherzgrube ist auch mega, mega lost, Digga. Stumm. Kannst du Play dritten? Ich drücke jetzt Play. Ja, läuft. Ja, läuft. Jetzt bei vier Sekunden. Geil, let's go. Okay, ich hab jetzt wieder Pause gemacht. Dann mach ich das Intro, dann können wir anfangen. Okay, so machen wir das. Was? Nee, ganz vor allem. Was? Wie viele Sekunden seid ihr? Vier Sekunden. Vier. Ich bin bei drei. Ja, das fängt sich gleich. Du bist bei drei Nummer acht oder so. What the fuck, Alter. Du wirst, Alter. Immer wenn Lukas irgendwie aufnehmen. Wir fangen an. Immer genau das. Es ist so krass. Du willst einfach... Ich schau dir an. Oh nein, wie verdient. Du bist wie Snake quasi? Ja. Gut. Mit fünfmal mehr Abtrag, glaube ich. Das ist mein Game. Was war das nochmal? Pimmelparty, ne? Ja, Pummelparty. Oh mein Gott. Das ist mein Game. Verreckt direkt. Okay, einen letzten haben wir noch. Kommt, Leute. Ganz zum Ende. Was haben wir da? Rollertour. Voll reingefahren. Keine Kontrolle über nichts. Schön, Struppen. Was? Hast du das gesehen? Ich glaube, ich habe es sogar drauf. Ich glaube, ich habe es drauf. Alter. Alter, das war Max Bruder, glaube ich. Oh, hier macht er auch ein geiles Tor. Siehst du? Echt Meter. Pass auf, jetzt kommt er. Da ist er. Echt Meter? Da ist er. Der Strafraum existiert nicht. Leute, das soll es gewesen sein von diesem wunderschönen Video. Wenn ihr Bock auf weitere Videos davon habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut definitiv bei YWiFHD vorbei. Willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, dieses Jahr wird alles besser und wir gehen alles ein bisschen entspannter an, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da und lasst einen Daumen nach oben da und schaut bei Lost Moments vorbei. Lasst einen Daumen nach oben da und lasst einen Daumen nach oben da und lasst einen Daumen nach oben da. Daumen nach oben da und lasst einen Daumen nach oben da und lasst einen Daumen nach oben